Die letzte am Bergdobel. Servus. Einen Wildmannligeist. Was wird? Das warte Berg hat ja keinen Menschen. Versteht niemand und redet keinen solchen. Einen Wildmannligeist. Gib dir schon drei Wildmannligeisten. Warum jetzt drei? Ja, die komischen Täubenwohner verstehe ich mir halt auch nicht so ganz. Zumal! Ja, ja. Gut, besser. Wildmannligeist. Feinste Brennkunst. Seit 1980.